Und versuch die Nutte nicht zu erschrecken. Jetzt hub. Fahr mal ein bisschen weiter. Warte. Und jetzt fahr mal. Warte. Ich speichel das jetzt hin. Unter den Karussells und sowas. Also. Mein Gott. Ich mach die ganze Zeit Screenshots. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das.